Heute gibt es wieder Gelegenheitstv mit Ulle Bowski und als Gast Karl Groß. Der erzählt euch ein bisschen mal über den Urknall. Schon so nah dran, dass er vielleicht den Urknall selber mitgemacht hat. Der war der allererste. Dann gibt es dazu Einspieler von der Sommerdachparty bei Noltes Bierbrauerei, unter anderem mit Horseman & Name, Bubi Electric, Naomi Sample, Lette Go-Go-Balls, ein paar Roboter, viele lustige Gäste, Nolte natürlich selber und den Nolte. Dazu gibt es hier wieder den Sparschneiden heute, da könnt ihr Kohle reinwerfen, schaltet einfach live ein, sagt dann allen Bescheid. 19.30 Uhr, circa eine Stunde, ja, beim Sinn des Lebens, Urknall und das ganze Programm. Und Live-Musik kommt natürlich auch noch live, fast live. Also, schaltet wieder ein. Gelegenheitstv in unserem neuen Studio hier. Sieht so ein bisschen aus wie Dänemark. Ja, ja, ja. Könnte auch Dänemark sein. Und Schnitt.